Schai-Ware 98.6 mit den Kaplers. Herzlich Willkommen am Montagmorgen. Guten Morgen, geilste Stadt der Welt. Danke fürs Einschalten. Hier ist die Flo Kerschner Show. So geht Rock in der King Gong Show. Lachwerden über den Dächern der Stadt. Mit Guido und Martin. Bestens informiert und dazu die Hits ihres Lebens. So startet Franken in diesem Morgen. Guten Morgen! Die Kaplan und das Aufstehen macht Spaß. Das Beste der 80er, der 90er, der 2000er und die Hits von heute. Das ist Schai-Ware 98.6. Die Kaplers wecken ihre Hörer täglich mit den besten Songs aus vier Jahrzehnten. Für einen guten Start in den Tag gibt es dazu die aktuellsten Themen und die beste Comedy. Schai-Ware macht den Unterschied. Mit den außergewöhnlichsten Events wie der Discomania und regelmäßigen Besuchen von Stars im Studio. Charibari 98.6. Mehr Musik. Mehr Abwechslung. Die besten aktuellen Hits, frische neue Radiokonzepte und aktuelle Themen aus der geilsten Stadt der Welt. Das gibt es nur bei 92.9. Hitradio N1. Die besten Partys, die coolsten Events, Infos aus Nürnberg und der Region. Hitradio N1 begeistert seine Hörer, ist authentisch, abwechslungsreich und vor allem durch die Morgensendung die Flo Kerschner Show einzigartig. Mitreden, mitlachen, aufwachen. Hitradio N1. Frankens Nummer 1 für die besten aktuellen Hits. Die größten Rock-Songs rund um die Uhr mit den top aktuellsten Infos aus der Stadt des 1. FCN. Radiogong 97.1. Jeden Morgen heißt es Lach werden in der King-Gong-Show mit Guido und Martin, den Stimmen des Clubstadions. Seit langem ist Radiogong der Clubsender und überträgt die besten Spielszenen, den aktuellen Spielstand des Clubs und die Pressekonferenz aus dem Stadion. 12 Monate, 52 Wochen, 365 Tage. Die größten Rock-Songs bei Radiogong. Der Rock-Sender für Franken. Seit über 25 Jahren einer der erfolgreichsten Sender der Region. Radio F 94.5. Mit allen Infos, die Franken bewegen und den aktuellsten Wetter- und Verkehrsdaten. Radio F spielt die Hits ihres Lebens. Hier werden Erinnerungen genauso wach wie die Hörer bei Guten Morgen Franken mit Marion Dorr und dem Herrn Vöttinger. Außerdem ist Radio F offizieller Radiopartner der Spielvereinigung Gräuter Fürth. Und immer am Ball. Radio F. Regionaler geht's nicht. Wenn Sie jetzt noch mehr über unser Funkhaus erfahren wollen, beispielsweise über Ihre Lieblingsmoderatoren oder wie Sie Radiowerbung bei uns erfolgreich schalten können, klicken Sie sich einfach durch unser Internetangebot. Viel Spaß dabei! Radio F. Regionaler geht's nicht. Vielen Dank. Vielen Dank.